Die NATO hatte die Chance, den Ukrainern klarzumachen, haltet diesen Krieg durch, enorm viel Leid. Ihr müsst ihn erleiden, weil ihr euch für Freiheit, für Rechtsstaat, für Demokratie, für die NATO-Werte entschieden habt. Aber wenn der durch ist, dann geben wir euch den Schutz. Und wenn dieser Krieg vorbei ist, dann haben wir als NATO ein Ziel, nämlich zu verhindern, dass es wieder Krieg gibt. Und dafür gibt es nur eine Abschreckung, die wirkt gegenüber Putin, und das ist die NATO-Mitgliedschaft. Und diese Chance, die ist dem leidenden, kämpfenden Volk und der Sicherheit Europas heute verwirrt worden.